Allen Missbrauchsvorwürfen zum Trotz ist Brad Kavanaugh als Richter ans höchste US-Gericht aufgerückt. Der US-Senat hatte Kavanaugh am Samstag mit knapper Mehrheit als Richter für den obersten Gerichtshof bestätigt. Kurz darauf wurde er vereidigt. US-Präsident Donald Trump triumphiert angesichts der Berufung seines Kandidaten. US-Präsident Donald Trump Kavanaugh war extrem unter Druck geraten, nachdem mehrere Frauen, darunter die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford, ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Kavanaugh bestreitet die Anschuldigungen.